Das schönste Land Was findest du geschwind? Dein Urlaub lohnt sich jedes Mal, wo so viele Talern sind. Das sind die Zillertaler, das sind die Stubartaler, das sind die Ötztaler und so viel mehr. Das sind die Kaisertaler, das sind die Aachen-Taler und auch die Wittstaler gehören hierher. Ein Land, das so viele Taler hat, ist reicher als man denkt. Die Berge um den Sonnenschein bekommst du dort geschenkt. Und alle Briexeltaler und alle Kaunertaler und alle Lechtaler, die findest du wohl. Denn so viele Birgentaler und so viele Alpaktaler und so viele Wintaler gibt's nur in Tirol. Der Daler sucht beim Mondenschein und dem sagt man der Spinn. Es wird auch nichts zu finden sein, wo keine Taler sind. Doch kommst du nach Tirol bei Nacht, dann schau dich nur mal um. Da liegt die ganze Talerklang im tiefen Schlagerruf. Da liegen die Zillertaler, da liegen die Stubartaler, da liegen die Ötztaler im Süßerruf. Da liegen die Kaisertaler, da liegen die Aachen-Taler und auch die Wittstaler gehören dazu. Ein Land, das so viele Taler hat, ist reicher als man denkt. Die Berge und den Sonnenschein bekommst du dort geschenkt. Und alle Briexeltaler und alle Kaunertaler und alle Lechtaler, die findest du wohl. Denn so viele Birgentaler und so viele Alpaktaler und so viele Intaler gibt's nur in Tirol. Die Berge und den Sonnenschein bekommst du wohl. Untertitelung des ZDF, 2020